Gemeinsam mit Quartiersmanagement und Bürgermeister fand am 19. August 2024 die Stadtteilbefahrung in Lauchhammer-Mittestadt. Vom Lidl-Parkplatz radelten die Teilnehmer zunächst zum Vereinsgebäude des Athletikclubs Lauchhammer. Hier ging es unter anderem um die neue Vereinsförderrichtlinie. Bürgermeister Möko Bu erklärte die Notwendigkeit der Erhöhung der Betriebskosten für die Vereine. Ein Zwischenstopp wurde bei den Schafen eingelegt, die temporär auf kommunalen Flächen grasen. Ein entsprechender Vertrag wurde mit der Schäferei Röhl aus Bernsdorf geschlossen. Damit soll die naturnahe Landschaftspflege gefördert werden. Nach Ablauf des Vertrages mit der Stadt wird die Herde auf Flächen der Generationswohnungsgenossenschaft weiden. Am Kulturhaus informierte Bürgermeister Möko Bu über die geplante Sanierung des Gebäudes. Voraussichtlich ab Juni 2025 ist die Erneuerung der kompletten Elektrik einschließlich Brandschutz und die Modernisierung des Saals geplant. Mit dem Verkauf an einen privaten Investor ist es gelungen, ein stadtbildprägendes Objekt neu zu beleben. Aus dem ehemaligen Gasthof Krone wurde das Eiskaffee Luna, das sich bereits großer Beliebtheit erfreut. Die Sanierung des Wagner-Ecks in der Neustadt 1 verläuft planmäßig. 38 Wohnungen mit Terrasse oder Balkon werden hier bis Ende 2025 entstehen. Die Stadtteilbefahrung endete am Mehrgenerationenhaus. 1,6 Millionen Euro investierte die Stadt in die Sanierung des Gebäudes und der Außenanlage. Letztere ist noch nicht ganz fertig. Auf der Hoffläche werden noch mehrere Bäume gepflanzt. 1,6 Millionen Euro investierte die Stadt in der Neustadt.